Man kann sagen, er war ein deutschen Hasser. Also er hat eine Straße in Deutschland, sollte nicht nach jemandem benannt werden, der gezielt zum Mord von Deutschen aufgerufen hat. Also zur heutigen Zeit müsste er sich strafrechtlich vor Gericht verantworten für solche Schriften. Das gibt es nur in Rostock. Eine Ilja-Ehrenburg-Straße. Benannt nach Stalins Chefpropagandisten, der Soldaten der Roten Armee zu Verbrechen gegen deutsche Zivilisten aufforderte. Der Soldaten der Roten Armee zu Verbrechen gegen deutsche Zivilisten auffordert. Wo soll das hinführen? Wie weit wird uns gehen? Selbst ein Baum ohne Worte kann ich bestellen. Weil hört die auf, eure Eimer zu hassen? Wenn die Eugier schämen, dann könnt ihr sie doch verlassen. Du kannst dich nicht drücken, auf dein Land zu schauen. Wenn deine Kinder werden später noch Brau und Sparren braucht und Glaube sind Werte daheim. Aber ohne Siegeln wie unter, stört unser kleines Volk. Nicht vor Ort.